Hallo Leute, willkommen zurück zu Minecraft UHC Staffel 4 mit dem, der Brennan. Yay! Hab ich schon extra so gesagt. Sehr gut. Oh, scheiße, da ist ja so ein Feuerteil hinter. Vorsicht, jetzt direkt dahinter. Wir haben die Feuerfucker getauft, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Schaut euch die letzte Folge an, dann wisst ihr Bescheid. Wenn sich das überhaupt jemand anguckt. Ich bin ja total zufrieden, dass der Andrena verzaubern kann. Freut mich ja echt für den Andrena. Da haben die... Der hatte gerade den Erfolg für Zauberer. Oh, fuck. Ah, du hast eine gute Taktik, dich hier außen dran vorbeizubusteln. Okay. Ja. Guter Plan. Hier unten ist nur Lava drunter, denke ich an. Ja. Ja. Geil. Ein falscher Schritt und du bist. Gut. Ich bin ganz langsam hinter dir. Ich hab noch ein paar Steine, wenn du brauchst. Alles gut. Also wir hatten die grandiose Idee, in den Neta zu gehen, um Netawarzen zu finden. Und einen Braustamm zu bauen. Er hat sich aber jetzt im Neta, obwohl wir eine Festung gefunden haben, herausgestellt, dass es doch nicht so eine geile Idee war. Oh Gott. Wir werden sterben. Ja. Können wir uns nicht durchbuddeln? Guck mal hier. Da ist grad... Oh, da sind... Oh, nee, nee, nee. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Da sind massiv viele Firefucker hinter. Wo bist du? Ich kann mal jetzt töten. Na gut, wenn da einer ist, ist das noch nicht so schlimm. Aber die machen alle Schaden ohne... Ach, da, okay. Geh, 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 zurück. Du tötest die Klopps. Ich dachte, du tötest da so'n Feuertyp. Ich kann einfach mit draufprobieren. Team Schaden ist ja aus. Bin die weg. Ich seh nix. Da ist noch einer, da. Da, so. Das ist jetzt die Mini-Dinger und die machen auch Schaden, also pass auf. Okay. Ich seh keinen Einsiegen. Doch, da. Okay, gut. Huh. War der tot? Okay. Der magma-Creme. Da ist ein Feuerfucker, da ist ein Feuerfucker. Oh, oh. Wo kamen wir? Ähm. Von hier, wo der... Beim rechten Feuerfucker... ...müssen wir hergekommen sein. Oh Gott. Was denn? Ich fühl mich ab jedem Zirkus in so'n... ...messerbrett. Da. Ja klar, von... Guck mal, hier hast du doch zugemacht, meine ich. Okay, den einen hab ich getötet. Ja? Ja. Ich krieg auch den anderen Platz. Da müssen wir nur... Wir finden hier nie wieder zurück. Hab ich das Gefühl. Scheiße. Von hier sind wir aber nicht gekommen. Und die hast du schön in der Base. Ja, genau. Wir haben Feuerfuckerfuckerfucker aufgebaut. Abgebaut, okay. Oder deiner plantiert. Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Ich hab einen umgebracht. Wo bist du? Da hinten. Siehst du mich, ja. Ja. Bin mir jetzt zurückgelaufen, wo wir hergerade gekommen sind. Ich meine, wir wären von da gekommen. Wir finden hier nie wieder raus. Warte, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, das ist offen... Oh, scheiße, ich brenne. Nein. Nein. Wie herzen hast du? Ähm. Fünfeinhalb. Fünfeinhalb, okay. Hast du sogar gar nicht. Sind wir nicht von hierher gekommen? Verdammt. Doch, wir sind von hierher gekommen. Super. Das muss doch wieder. Dann müssen... Lass schnell wieder nach Hause. Anderthalb Keulen habe ich noch. Ah ja, genau, die Pilze. Hier sind wir hochgekommen. Yes. Ach, Gott. Und hier ist die ganze Zeit so eine Fliege und der Schatten in der Lampe in meinem Zimmer. Ah, okay. Nice. Ich habe gestern einen Horrorfilm geguckt. Das ist nicht so optimal. Das ist der Grund, warum ich keine Horrorspiele spiele. Da raste ich total aus. Ich habe einmal ein Horrorspiel gespielt, weil ich die von Schneckwald immer so witzig fand. Mhm. Ja, witzig. Zum Gucken auf jeden Fall. Ja. Aber Gucken und Spielen ist was anderes. Ganz genau. Aufgefunden. Hast du mal... Du musst mal bei Hero gucken. Das ist mit Oculus Rift? Ja. Hast du das gesehen? Da habe ich reingeguckt, ja. Boah, das ist richtig übel. Also, so zum Gucken ist es okay. Nice. Wer hat denn hier den Penis gebaut? Der wurde so generiert. Ah. Dann glaube ich das mal. Na gut, also... Der rechte Block, der war da noch nicht. Der UHC-Pimmel. Okay, wo kommt... Warte, 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 warte. Ich glaube, wir kommen von hier. Da hinten habe ich Fackeln. Warte mal kurz. Das ist jetzt... Unser Opfergaben, Thron, Schrein, Alter. Oh nein. Was hast du gemacht? Nichts Großes. Bist du tot? So. Nee. Ich sehe dich hüpfen. Schnell! So. Nee, aber also das kann ich nur empfehlen. Das ist... Das Oculus Video ist wirklich übel. Also, wenn ich mir vorstelle... Nee, hier, weiter. Hinten habe ich die Fackeln gesetzt. Wenn ich mir vorstelle... Ich hätte das gezockt. Ey, ich wäre... Wahrscheinlich gestorben. Warte mal, wo geht es denn jetzt? Da hättest du zu den herzkranken... Ah, doch hier. Das Krankenhaus wirklich da. Ja, genau. Der Zombie... Der Schweinemann stand dann noch im Weg. Da ist ein Schweinemann. Einfach dran vorbeilaufen. Und dann vor allem alleine in der... In der Bude. Du siehst nichts. Du hörst nichts. Dann spielst du so ein Spiel, wo dir da alle drei Meter irgendwas erschreckt. Also, richtig übel. Da wäre ich tot gewesen. Auf jeden Fall. Erstmal hätte ich mir so in die Hose gepisst. Kann ich überhaupt nicht... so Horrorspiele kann ich ja nicht spielen. Wenn es dunkel dann ist und so und pennen kann ich dann auch nicht. Ah, schnell runter. Na, richtig Panik, wenn ich... ...abst allein da hin bin. Ja. Oh! Nein, 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 nein. Was war das? Das, äh, Hunger. So, okay. Scheiße. Was machst du? Viereinhalb habe ich noch. Fleisch ist noch genug drin. Wir müssen jetzt Äpfel holen. Was raus. Unbedingt. Ja, wir müssen... Ach, ich habe auch noch eine Lohnrute. Nice. Ähm. Äpfel. Warte mal, ich muss mal gerade hier... Steine brauchen wir nicht. Lohnrute rein. Komm, jetzt rein. Und essen. Ja, ist noch was drin. Das sind noch so ein paar Schafskollen. Guck, Zeugs. Ähm. Rottes Fleisch. Hammelfleisch. Rottes Fleisch mal mitnehmen. Soll ich die Dias mitnehmen? Für den Notfall? Ähm. Könntest du machen, ja. Ja, weil zum Schluss finden wir hier nicht mal zurück. Haben wir hier noch. Dann... Warte mal. Hast du Eisen auch eingepackt? Ja. Okay. Dann ist gut, dann suche ich es nicht. Ich habe mich gerade geguckt, obwohl das Eisen ist. Ich will das auch mitnehmen. Kohle nehme ich nochmal mit. Ist auch nicht verkehrt. Okay. Ah. Okay. So. Hab ich so eine Truhe dabei? Ja. Finden wir den Gang wieder? Noch da und vorne irgendwo raus. Hier oben. Du bist schon oben? Alles klar. Ja. Wir sind da vorne rausgekommen. Da war doch anfangs die Situation B. Da sind wir irgendwo rausgekommen. Hier. Ja. Orientierungssinn. Das ist nur der eine Gang nach oben, ja. Du weißt, da oben müsste ja eher davor sein, da müsste man im Wasserfall wieder rauskommen. Hast du gerade ein Dias geschmissen? Ja. Tatsache. Habe ich aufgesammelt. Oder? Habe ich. Wir müssen ja auch so ein bisschen so tun, als hätten wir hohe Lebensstandards und so. Haben wir ja auch. Wir waren schon im Neta, hallo? Ja, stimmt. Obwohl die anderen aboniert, verzaubert. Der hat mich gebraut. Wir können uns wirklich schätzen, weil Tag ist. Rutschen wir erstmal hier schön runter. Uh. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das wäre jetzt auch noch Worst Case gewesen. Weil, wenn Nacht ist, das wäre so oder so ein Todessegen. gewesen, weil dann hätten wir vielleicht so gesagt, ja komm, wir warten und dann wären wir trotzdem los. Kürbis. Wäre das 100% gewesen. Warte, ich baue mal eben Äxte. Ich habe eine. Gold-Äxte, weil davon haben wir ja so viele. Ich habe noch eine Stein-Äxt. Hier eine Eisen-Äxt für dich. Wo bist du? Wo bist du? Hä? Du hast doch gerade so... Da. Deine Kiste aufgebrot, da. So. Jo, danke. Wenn uns jetzt jemand von hinten so befällt, dann... Dann haben wir Pech. Wir sind gerade in der Folge vor dem Welsch rum. Ja, stimmt. Du hast recht. Uh, ja. Folge 4 ist schon. Wir sind ja recht nah am Spawn, von daher. Dann haben wir ein bisschen Puffer. Ich weiß noch nicht, wie es läuft, aber im letzten Mal wurden alle zusammengeportet. Das war aber auch eine andere Regelung. Jetzt ist ja, dass die Welt schrumpft. Ich weiß nicht, wie es dann geregelt ist. Ich gehe mal hier auf den Berg hoch. Ja. Ich baue mal den Baum ab. Gucken, ob ich vielleicht irgendwas auch sehen kann, was cool ist. Aber ich glaube nicht. Der Zuckerbaum. Oh, nein. Haben wir Subsidia mitgenommen? Nein. Aber gut, wir finden wieder zu. So, ein Zuckerrohr. Das ist Zuckerrohr. Da, ja. Cool. Uh, was ist das denn da hinten? Ich baue mal ein Eichen ab, weil die Äpfel trocken. Okay. Ich baue jetzt ein Eichen auf die Äpfel aus. So. Ah, Zuckerrohr, gut. Aber es wird erst dunkel. Oder es ist nicht gut. Nee, das stimmt. Äh, wie komme ich denn jetzt da hoch? Zack. Sehr schön. Schwarzrohr, gut. Schwarzrohr, gut. So echt bescheuert. Was denn? Langsam. Der Punkt, wo ich panisch aggressiv wird. Nein, oh Gott. Holz. Drop mal Äpfel, ihr scheiß Bäume. Was soll das? Komm dann. Milch in der Zeit hat noch das Kaninchen nieder. Das sind Spinnen. Das sind Zombies. Ist so. Okay, ich sehe dich. Ich sehe die Spinnen und die Zombies. Dich sehe ich nicht. Ich bin aber hier auf dem Hügel. Ich warte gerade drauf, dass hier die Eichen zusammen scheppern. Technischer Fortschritt. Habe ich einen Apfel gesammelt? Nein. Das sind jetzt halt die blöden Spinnen. Jeder habe ich unten gelassen. Na gut, da ist die Spinne. Ich muss gerade was essen. Da ist die Spinne getroffen. Nein, 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 nein. Da kommt der ist ein Zombie. Wo ist er? Da. Ich mache die Spinne. Oh. Okay. Das ist ein Apfel da oben. Nice. Ein Apfel? Ein Apfel? Ich habe keinen Apfel, nee. Ja, crafte ich jetzt mal einen goldenen Apfel. Mach das. Kann man sie mit heilen, ne? Ja, wie viele Herzen hast du? Vier. Das wird genau vier. Warte, ich gebe dir Rückendeckung. Ich habe dreieinhalb. Jetzt ich den mal. Dann mach das. Ich bleibe ich da hin und... Hast du Fäden noch bekommen? Ähm, zwei Stück. Okay, nice. Ich habe auch zwei jetzt. Nein, ich habe... Ich habe... ...hade genug gerackt. Boah, jetzt wird es dir richtig übel. Guck mal, da kommen noch Zombies. Hinter dir, hinter dir kommen Zombies. Ja. Genau. Da vorne ist auch ein Creeper. Da müssen wir auf jeden Fall... Oh, da ist noch ein Creeper. Aber jetzt bin ich wenigstens einigermaßen wieder gesund. Okay. Ich denke, für den Endkampf müssen wir richtig defensiv spielen. Ich... Ich habe einen Bogen gecraftet. Ja. Äh... Ich habe aber die Feuersteine nicht dabei. Da müssten wir nochmal runter. Ich habe Feuersteine. Hast du? Ach du. Cool. Achso, ich... Wegen... Achso, Federn. Federn sind immer unten. Ja. Ich denke, ähm... Da ist noch ein Apfel. Super. Wir nehmen ein paar Setslinge mit. Auch Saplings. Und dann versuchen wir unten mal nachzuzüchten. Können wir machen. Ich töte mir auch gerade die Spinne, die hier ist. Gehe ich nochmal gucken, ob hier noch ein Apfel ist. Fürchte aber nicht. Und dann wieder runter in die Jöhle. Ich warte mal am Eingang. Okay. Oder, ähm... Wenn wir ein paar Tiere töten. Uh, nee, da müssen wir aufpassen. Da sind jetzt Skelette gespawnt. Ja, komm schon hier. Ich bin schon auf dem Weg. Ich versuch mal, die Zombies ein bisschen wegzuräumen. Dann sind wir noch... Akzeptabel. Okay, ich bin da. Mada ist tot. Nice, der ist runtergestürzt. Sehr geil. Wo ist denn der Eingang? Da. Also, da kommt eine Spinne schnell ran. Oh, nein, nein, nein. Spül mich nicht weg, Wasser. Okay. Ich hab ne... Ne Kartoffel. Nice. Park, 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 park. Ist noch Wasser unten? Ähm, ich hab noch einen Eimer mit Wasser. Unten? Nee, hier in der Tasche. Okay, weil dann nehm ich das Wasser hier mit. Ah, ja, das ist ne gute Idee. Dann können wir ein bisschen Wasser... Dann können wir uns unten ne Quelle machen. Ja, eben. Das ist ein guter Plan. Mache ich direkt schon mal ein Loch, wenn ich unten bin. Ich hab ein Apfel jetzt. So. Da, 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 da. Ich glaub, wir sind schutzlos. Andréna und Mr. Vlogs sind zu stark. Meinst du? Die haben ja auch verzaubert und so. Ah, ja. Schau mal mal. Ja, das war's mal unser Bestes. Auf jeden Fall. Wir sind schön defensiv. So, das brauch ich, das brauch ich. Dann brauch ich... Holz hab ich. Hinten. Hinten. So, noch ein paar Stickies. Zack. Feder. Feuersteine. Pfeile. Sehr schön. Okay. Wächst. Nice. So, direkt mal wieder füllen. Wollen die Dias bitte in die Kiste? Ich mach nen golden Apfel. Ja, warte, warte, warte. Ich hab hier noch ne... Auch nen Dias. Äh, in dir. Okay. So, was machen wir jetzt die restliche Zeit, ähm... Gute Frage. Im Platz hier ein bisschen ausbauen, damit hier ein Baum wachsen kann. Okay, mach das. Ich baue hier mal noch ein bisschen Kies ab und wir hoffen noch ein paar... Haben wir noch Fehler eigentlich? Da hab ich noch. Okay. Ich krieg noch ein paar Feuerstände für ein paar Pfeile. Ich hab die Lohnrufe noch. So. Ui, 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 das wird übel. Unsere Pilze haben wir auch noch da hinten. Ja, stimmt. Die haben sich gar nicht vermehren. Ja gut, aber wir brauchen noch... Essen haben wir halt nicht so ein Riesenproblem mit. Obwohl, ich... Ich... Ich hab gar kein Essen mehr. Hast du nichts mehr? Ah. Moment. In dem... Im zweiten... Im Ofen, der noch brennt. Da sind jetzt noch Keulen drin. Ich hab aber noch was. Ich kann dir noch was geben, ja. Aber die drei... Oh Gott, oh Gott. Da sind drei Keulen drin, die kannst du denn nehmen. Warte, ich mach mal hier wieder zu. Nee, nee, nee. Achso, du wolltest jetzt aufhaben, oder was? Achso. Ja. Okay, dann mach ich's wieder weg. Aber ich hab deine Kartoffel bekommen. Dann ist gut. Ich dachte, das wäre... Aber wir haben gar nicht so viel Erde. Fällt mir gerade auf. Ich guck mal, was... Ich... Ne, eine Erde hab ich nur noch. Gut, das hilft jetzt nicht so viel. Boah, was machen wir denn jetzt noch? Komm mal wieder hoch. Ja, okay. Dias-Farmen könnten wir machen. Das stimmt, das können wir noch mal. Fang an... Achso, hast du das du gemacht. So einen Raum hier vielleicht größer? Hast du noch Diamanten? Nee. Hast alle verbraucht jetzt? Ja. Oder in der Kiste? Alle verbraucht. Hast du noch nicht gemacht? Wir bräuchten Leder. Hast du eine Rüstung mitgebaut, oder was hast du mitgemacht? Ah, nee. Die sind... Die sind doch in der Kiste noch. Hab gar nicht richtig zugehört. So. Ah, da ist ja noch ein goldener Apfel. Nice. Kann man da nicht mit regenerieren mit dem Apfel? Doch. Aber? Ja, kannst du machen. Also... Wie viele Herzen hast du denn noch? Nee, hat er zwei Herzen gebraucht. Okay. Ich hab jetzt viereinhalb. Ich bin war ein halb. Wie viel hast du? Ich hab vier. Dann würd ich mir den nämlich reinziehen, dann haben wir bessere Chancen wahrscheinlich. Oder machst... Fokussion vor dem Endkampf. Da hast du noch die anderen Effekte. Wir haben ein Deathmatch. Ja. Ja. Ist das besser? Weil dieser Regenerationseffekt, der reicht ja nur so lang, bis zu zwei Herzen von hast. Da ist irgendwie noch der Absorptions-Effekt dazu. Ähm... Ja, weil es sind nur so halbe Herzen wie entscheiden. Uh... 80 Minuten vorbei. Das ist schon wieder eine Folge. Und dann geht's jetzt los mit Deathmatch. Uiuiuiui. Da hinten ist der Donane am Buddeln. Irgendwo haben wir grad noch gesehen. Da. In der Fackel sieht man leise, äh, ganz klein noch seinen Tag. Hallo. Und... Da sieht man ihn auch. Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und, äh, ab der nächsten Folge geht's dann los. Die Welt wird immer kleiner. Uiuiuiui. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.